Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Forest. Jetzt holen wir die Jetten-Säge. Genau. Was hältst du davon, wenn wir hier oben unter deinem Baumhaus diesen Kronenleuchter ranbauen? Hier vorne so unter der Ecke, weißt du? Geht das so hoch? Ich muss mal gucken. Ich hoffe es. Da ist er. Ja, geht. Zeig mal. Ich will ihn genau in der Ecke ranmachen, aber irgendwie will er an der Ecke nicht. Das geht höchstens. Jetzt geht es gar nicht mehr. Da. Hey, so ist doch ganz schön. Okay, wir nehmen den rechten. Ui. Genau. Geil. Knochen brauchen wir. Hier vorne. Ey, sind die leer? Wow. Wow, ich glaube jetzt noch mal zwei. Wie zuckt man das Ding jetzt an? Ist schon an. Tatsache, der leuchtet wirklich schon. Oh, ich würde das gerne nachts sehen. Nein, ich wollte doch gar nicht hoch. Ich würde das gerne nachts sehen. Ja. Hier sieht man eh nichts von oben. Doch, von hier, wenn du hier... Naja. Geile Scheiße. Guck mal hier. Stickholders. Ich packe mal alle rein. Stickholder. Lock. Wir nehmen ja keinen Rockholder. Okay. Ne. Man, der... Oh, doch. Ich hab grad was rausgenommen, ja. Der denkt trotzdem... Ja, der denkt trotzdem, da ist noch ein Baum. Geil. Wie viel hab ich denn davon? Oder war das nur noch drinnen vom letzten Mal? Das kann ja aussehen. Ne, ich hab das schon einmal rausgeholt. Und eben grad hab ich ja nochmal was rausgeholt. Ach hier, mein TNT-Ding. Stimmt ja. Dynamit. Schön, schön, schön. Warum steht das Ding hier eigentlich? Das sieht hässlich aus hier. Das war ganz am Anfang das erste Ding, was hier leuchtet hat. Weil ich das, glaub ich, mal bauen wollte. Warum steht das hier drinnen? Da war das hier noch nicht ringsrum alles. Ich muss mir mal die alten Folgen angucken, wie das aussah. Aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Ne, da war nur das Baumhaus. Und das, was da drunter ist. Mehr nicht. Jetzt haben wir schon wieder ganz schön was dazugebaut. Oh! Omas! Omas! Kettensägel aus. Ja, äh, warte. Ja. Ich muss grad nochmal überlegen. Aber ich will wissen, wie diese Knochenpfeile gehen. Ja, guck mal, guck mal. Der kriegt sofort einen Pfeil ins Gesicht. What the fuck? Alter, voll auf die... Oh, ins Maul! Hast du ges... Oh, oh, das hättest du richtig da rangehen müssen, Alter. Genau in den Mund rein, Alter. Ich wollte es aufsammeln, das Vieh. Und dann habe ich direkt dein Dings rausgenommen. Ja, hier warten wir nochmal kurz. Weil Knochen sind das erstmal richtig wichtig, weil ich hab... ... keine Kno... Glück-Klück mehr. Ja. Ach so! Ja, wir sind ja schön in der nächsten Folge. Das war grad laut, was du gemacht hast. Ja. 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 Da ist nix mehr drin, ich hab das schon verbraucht für mein Dings. Ach ja. Für den Fensive. Da hast du wieder den Lappen. Ja, aber der ist schon angehittet. Geh mal weg. Geh mal weg. Wow. Jetzt haut er ab. Mich wunders grad, dass die mich überhaupt angreifen. Jetzt schon wieder. Weil ich bin ja immer noch orange. Ich brauche jetzt die Knochen hier nicht. Ich hab keinen Bock mehr. Kommt sie jetzt. Warte. Ja, ich will noch kurz warten, bis das Fressen fertig ist. Aber ich verstehe es nicht. Das müsste eigentlich schon längst fertig sein. Du kannst sagen. Da unten drin liegt das. Boah, ich sehs. Da kannst du essen. Ja, schon. Na gut, das warten wir noch mal ganz kurz. Ey, wir haben schon wieder sieben, sechs Minuten und zwölf Sekunden verballert hier. Deine Schuld. Alles deine Schuld. Hier ist ja auch kein Wasser drin. Bei mir? Ne. Ne. Hey, du hast noch eine Flasche mit dir gebastelt. Ja, die funktioniert doch nicht. Das kommt ja gesagt. Ich hab 100% noch. Ich kann die nur kombinieren oder so. Da ist nichts drin. Die... Okay. Die Flasche. Die Wopper Skin. Ja. Komisch. So, dann los. Wo es ist, weiß ich. Bei dem kleinen Dorf. Ich... Komm, ist... Doch, doch, doch. Ich weiß, wo lang. Auch. Kassette in Rekorder. Halt. Ich will Kassette anmachen. Da und... Ich nehm Kassette... Drei. Okay. Ah. Okay. Do it heißt die Kassette. Was? Do it? Ja, do it. Haben wir die Karte? Die Map? Ja. Ja, Karte. Sogar alles eingezeichnet. Oh. Ein Dicker. Da, pass auf. Da rechts, rechts. Ja, ich weiß. Lass aber weiterlaufen. Ja. Oh. Huch. Weil die machen ordentlich Schaden. Das Schlimmste ist, wir spielen einfach auf Normal und die Viecher spawnen. Na gut. So muss das. Die hätte es wieder da jetzt spawnen direkt. Ja, also... Sobald du die einmal schlägst und du hast noch komplett ausgedauert, dann kannst die einfach töten so. Aber die brauchen trotzdem viel zu viele Schläge für den Reh. 5, ne? Der dürfte eigentlich auch nur mit einem Bogenschutz kaputt gehen, eigentlich. Oder eventuell zwei. Wenn du richtig triffst, ja. Wenn du richtig triffst mit einem. Ja, Hedge hat ja. Ja, ja. Oh. Ich kann nicht mehr laufen. Siehste? Heute ist ja Wade bei Destiny. Hä, Gather Leaps und Gather Sticks? Was? Hast du was gebaut irgendwo? Nein. Ach so. Ah, das große Feuer. Das große. Ja. Das muss repariert werden. Oh nein. Müssen wir eigentlich wieder zurück. Ach. Können wir später mal nochmal machen. Ja, als ob wir uns das merken können. Das ist wahr. Ist wahr. Das ist unser erstes Haus gewesen. Das ist total easy zu merken. Aus dem warst du da gerade. Ja, aber warum? Das musstest du dir auch mal merken. Aber warum es unten steht meine ich jetzt. Nicht, dass wir dann irgendwann hier in zwei Jahren wieder rein. Ich werde verfolgt. Ich kann kaum Energie. Oh. Komm zu mir gegangen. Rückwärts. Einfach nur gehen. Nur gehen. Nur gehen. Nicht rein. Ja, ich hab grad noch. Mensch. Du rechts und ich links. Ja? Ja. Achso, mich greifen die ja nicht an. Doch. Alter. Geh doch zurück, Alter. Das sind die, die auch wieder abhauen. Also können wir ruhig. Gehen eigentlich. Der haut ja doch wieder ab, meiner. Oh. Verdammt, der ist auf einmal. Ey. Vollverfahren. Dann, pass auf. Wow. Das spielt dich aber. Alter, zum Kotzen. Der hat mich zweimal getroffen und die Rüstung ist einfach wieder weg. Es ist so ärgerlich. Geht auch viel zu schnell weg. Die Rüstung. Ja. Aber naja. So, ich hab, gelb sind Höhlen. Die ganzen gelben Fähnchen sind alle Höhlen. Das rosane Fähnchen war, glaub ich, die Lochhöhle, sag ich mal. Keine Ahnung, wie ich das jetzt nennen soll. War das nicht von ganz weit oben irgendwo? Ne, ne, das ist da drüben. So, ich schweiche hier draußen mal, weil ich bin das letzte Mal hier runtergefallen einfach, wo ich mit Simon gespielt hab. Na, ich spiel hier auch. Ja, wir müssen auch immer gleich speichern, dass wir beide immer gleich spawnen. So groß ist die Karte auch nicht. Ne, ist aber trotzdem besser. Vor allem viel romantischer. Äh, ich mein auch romantischer. Entschuldigung. Äh. Du rutschst, ne? Nein, ja, kannst runterkommen, kannst runterkommen. Ich töte mich jetzt hier erstmal. Nein, kannst hier auch runterspringen. Ins Wasser einfach, weil das ist so tief. Da brauchst du so ewig, bis du unten bist, wenn du das Seil runter... So geht es ja viel schneller. Oh, im Bild zum angucken. Nella. Ella, 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 Teller. Mach das Bild weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ein Bild, ein total unscharfes Bild. Oh mein Gott. Ist das unser Lagerfeuer? Nein, die sind auch manchmal hier, kannst du sogar anmachen. Ist das cool, äh. Hier ist noch irgendwo eins. Ne, doch, doch da. Ah, hier muss man glaube ich gegen Fetty erstmal kämpfen. Scheiße. Genau, einfach dran vorbeiläufen. Hä, war das hier? Warte mal, warte mal. Das war nicht bei Fetty hoch wieder. Das war doch in ner anderen Höhle. Weil wir sind nicht an Fetty vorbeigekommen, das weiß ich. Ernsthaft, jetzt sind wir grad den Weg runter ersprungen. Jetzt müssen wir das hochklettern, das ist noch schlimmer. Umsonst. Sei froh, dass mir das jetzt nochmal vorher eingefallen ist. Sonst hätten wir jetzt noch das Ding da unten gegen gekämpft. Wären vielleicht nochmal viermal gestorben. Also kannst dich erstmal wieder ausziehen, ja? Ausdauer auf Doom hier. Ist das nicht gar schöner Wasserfall? Vor allem, wie er an den Berg klebt, der Wasserfall. Äh, bau mal hier oben kurz ein Lagerfeuer. Naja. Wenn ich endlich mal oben bin, alter. Ja. Ich kann mich nicht hören, es ist so dunkel hier drin. Da muss ich immer das Feuerzeck ausmachen. Bis jetzt krieg ich noch gar keinen Scharen. Nee, nee, ich auch nicht. Nee, nicht hier, nicht hier. Hier hinten, hier. Hier schön hier hinten, so in die Ege. Kommen wir zu. Ich muss was essen. Ja, warte, ich mach's. Oh, hast du zwei Sticks? Was wär's jetzt noch gewesen? Sowas müssen wir immer dabei haben. Musst du auch was essen? Ja. Aber ich hab was dabei. Ich hab's schon auf, ich hab's schon. Spoilt. Alles schon. Oh. Nee, bei mir noch nicht gewesen. Oh. Eins noch nicht. Oh. Eins noch nicht. Ein paar drauf, scheißegal. Habe ich die Maske noch bei dir? Ja. Du. Es geht ja schnell. Was trinken muss ich auch? Drink? Wow. Ist mein Hunger überhaupt hochgegangen? Weiß ich nicht. Bei mir ist komplett voll. Nach einem Essen. Nach einem Happy Meal. Hast bestimmt schlechtes drauf gepackt. Gib zu. Ich hab nicht drauf geachtet. Aber eigentlich. Ich hab grad so wenig nur gebracht. Hast du jetzt voll? Ja. Jetzt noch den zweiten, ja. So. Scheiß Lizard. So. Ich will immer wenigstens dreiviertel Dings haben. Äh, dreiviertel. Halb. Andere Energie. Das werden die angreifen, dass man immer noch angreifen kann. Okay. Na gut. Die Höhle ist schon hier vorne. War das jetzt auch die richtige? Ja, das hier ist jetzt die richtige. Ich komm damit immer durcheinander mit denen. Wenn das dann ja doch die andere war drin, oder? Nein, nein. Das ist die. Gibt's. Vorher keine Festlampe. Boah, es hängt. Es leckt. Achso, wegen dir. Wegen mir, Alter. Was soll das? Eskalation. Es ist jetzt so dunkel hier drin. Wo ist eigentlich meine Taschenlampe? Achso, die hab ich... Boah, die ist mir gar nicht gegeben. Geht nicht. Ging nicht. Na gut, ich mein, die Batterien sind eh immer so schnell alle gegangen. Hier kannst du auch ins Wasser springen. Von dem nächsten hier kannst du ins Wasser springen. Hier kannst du auch tauchen ohne Taucherrüstung. Okay, nein, hier ist zu dunkel. Hey. Ja, wie kommen wir da ins lang? Die hab ich doch gar nicht. Ich hab nur die Airtanks. Was? Äh... Ist schon durch? Ja. Scheiße. Da komm ich dort hoch lang. Das ist doch nicht weit. Nee, deswegen... Komm ich leuchte. Hier siehst du was? Ja. Durch mein Licht, ja gut. Und hoch, 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 hoch. Äh, links, rüber, und dann hoch. Nein. Ah, hier. Ja, deswegen, das ist nicht weit. Wow, wir einfach nicht. Oh ne, wie wenigstens. Schlag doch zu! Da ist noch irgendwo eins. Brauchen die nur einen Schlag jetzt? Ja, wir müssen ja. Kettensäge! Wow, direkt hier! Ja, keine Ahnung. Fünf Kanister kannst du maximal mitnehmen, wie viel hast du? Ich hab grad die zwei aufgehoben. Oh. Zwei, ja. Na gut. Ja, zur Null kannst du mir später nochmal deine geben und den kann ich nochmal extra abspeichern. Kann man nicht. Die kann man auch nicht vergeben. Oh. Achja. Naja. Mal gucken. So. Wir wissen jetzt wo es ist. Können wir immer mal wiederholen die Kacke. Du mal rein, dass ich dir leuchten kann. Äh, leuchte mal. Tue ich doch. Ich seh nicht. Ich will jetzt einfach in deine Richtung. Gerade zu, ja. Gerade zu. Weiter, weiter und hoch. Boah. Gibt dir gar nichts doch jetzt. Äh, ich... Warte. Achso, du hast... Hast du noch zwei, ne? Sticks. Ja. Oder? Naja. Fünf Stück hab ich noch. Gut. Kurz aufwärmen, bevor wir rausgehen. Wieviel Blätter hast du? Nochmal? Äh, 98. Ach du, ne? Ach du Scheiße. Ja, ist doof, dass du alles verloren hast, ne? Irgendwie. Warum war das nochmal? Was? Warum war das nochmal, dass du alles verloren hast? Ich hab nichts verloren. Und die Speicherdaten sind auf der alten Festplatte, die in dem alten kleinen Mini-PC, äh, alten PC vom, äh, alten PC teilen halt. Und die kleinen PC, die ich dann hier nehm, beistehen ab, da läuft das laut. Ich wollte das Seil kaputt machen. Ja, ich dachte, wo was jetzt funktioniert. Wohohohoho. Da hätt' man wieder durchschwimmen müssen und wer weiß, wo rausgekommen wären. Vielleicht irgendwo. Am Ende ja, des Tunnels. Ich schneid' oben ab. Wär so mies. So ein Spulti, äh, Spulti-Player, Spulti-Player, so heißt das mal. Äh, eiskalt jemanden unten einsperren in der Höhle, ja. Das wär hart. Gott sei Dank. Du baust die Taucherastrüstung? Ja. Wo war die? Irgendwo. Oh, hier war noch Wasser drin, ne? Ha, geil. Jetzt nicht mehr. Ich hab, ich hab noch. Ich hab noch Wasser dabei. Dann fressen sie schon wieder bis zur Hälfte runter, ne? Von der kurzen Zeit. An jedem gelben Fähnchen will ich ja auch so ein Wasserteil haben. Dann müsste hier ja auch eins sein. Der rechte. Das müssen wir bauen. Ne, ne. Wir haben keinen Schildkrötenpanzer da. Mach ich da jetzt aber nicht ran. Weil es Schwachsinn ist. So oft gehen wir da eh nicht hin. Das war mir klar. Ja. Wow, hier ist auch was zu essen dran. Das ist bestimmt verbrennt komplett. Nö. Ja gut, dann muss ich schnell einen Schildkrötenpanzer an versuchen. Brauchst du doch da jetzt nicht hin bauen, Mensch. Lass uns lieber jetzt endlich mal wieder zu dem, äh, da oben im, auf dem Berg gehen und lass uns da mal wieder was bauen. Ja, gleich. Hier ist mehr. Da steht sogar einer direkt am Meer. Ja. Mit dem Kopf nach unten. Schnell schlag ihm bevor er aufwacht und dich sieht. Der schläft? Ja, aber der, genau. Der darf nicht schreien. Das ist das Wichtigste. Oh, ich komm gleich hin. Nicht so weit ins Meer, nicht so weit ins Meer. Ja, komm. Ey, schlag doch weiter. Ja, ich hätte dich sonst nichts. Meine Person, meine Person. Jetzt ernsthaft. Das Schlafende. Wie oft will er das jetzt noch machen? Ist er schon müde? Wow, durch das Zuhauen ist mein Fressen noch weiter runtergegangen. Nur bis zum Viertel. Hä, wie jetzt? Ich hab jetzt nur ein Viertel. Von was? Von meinem Hunger. Ich hatte vorher die Hälfte. Alter. Fick dich. Wow. Hat er nicht gehauen, oder was? Nö. Oh, komm schon. Ich muss hier doch wo Schildkürtens bauen, Alter. Sehr arg, das hätte sie jetzt sogar noch gar nicht hinbauen müssen. Brauchen wir doch da gar nicht. Wohin wollten wir jetzt überhaupt? Zum Dings, ne? Zum anderen. Äh, zum ganz großen Haus, ne? Ja. Ich würde sagen, wieder zu dem auf dem Berg da, das geile. Dreierstock. Meine ich ja. Das ganz große. Na gut, das andere ganz große, ja gut, okay. Das ist ja, ich glaub sogar noch größer, ne? Ja. Du hast schon fünf oder sechs Stock werfen. Zum Luxushaus wollen, oder? Ja. Gehst du andere Dings hoch? Ja. Hä, was denn jetzt? Hä? Oh, ich bin runtergefallen. Ich komm nicht an das Seil hoch, dadurch, dass das genau vor so einem komischen Stein ist. Tatsächlich. Das ist ja echt schon hingebaut, ne? Das gibt's doch nicht. Hab ich ja gesagt. Sag mir einfach nur so Sachen. Ja, meint's aber nicht hinbauen müssen. Ein bisschen Viehwesener hätte ich ja meint schon gleich ran geknallt, wenn ich weiß, kriegst du gleich wieder. Ja, hier sind welche, das weiß ich ja. Ja, aber da ganz hinten irgendwo. Ne, hier vorne. Bei dem Dings, bei den Containern. Ich tue aber was denn da ist drin? Alkohol. Sonst hier ist doch gut, ja. Da ist er. Ja, hier ist alles voll, wie gesagt. Ich sieh nur eine. Ich hab hier auch einen, ich hab jetzt einen Panzer. Deswegen dann hätte ich auch noch einen, dann. Kann ich den mitnehmen? Ja, ich kann den mitnehmen. Ich muss nur rückwärts gehen. Oh Gott. Könnte man nicht irgendwas so mitziehen oder so? Ne, ne. Ich war mir auch sicher, dass das irgendwie ging. Ich weiß nicht. Ne, ne. Du konntest hier eigentlich auch irgendwas mitziehen. Bin ich mir eigentlich sicher, aber... Keine Ahnung. Ja, lauf schon mal hin, bau ran und ich nehm den gerade so mit rückwärts. Ja, ich muss nur halt. Ich kann nicht mehr rannen. Da, 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 da. Krokodile müssen wir mal wieder töten. Haben wir auch nicht mehr, schon lange nicht mehr gemacht. Die musst du auch mal finden. Ich weiß, ich weiß, wo die ganzen Viecher spawnen. Richtung Hellblau müssten wir dafür, zum Beispiel. Boah, fantastisch. Wir müssen über Teamsweek telefonieren, dass ich das nicht höre. Das hörst du. Ja, sehr lauf. Was ich jetzt gerade mache. Das jetzt nicht. Du kannst ja deine Aufnahme auch hören. Das ist verdammt laut teilweise. Das jetzt. Boah, mich fühlt ernsthaft ein Stick. Ah, ne. Ach, du bist doch ganz hinten. Ja, ich muss gehen. Ich kann zwar auch beim Rennen, aber... Ich renne gerade rückwärts und ziehe das Ding mit. Ich hör's. Boah. Oh, phew. Das ist jetzt ja ekelhaft dabei rückwärts zu laufen. Warum gibt's hier kein Levelsystem, dass man hier länger sprinten kann irgendwann? Ey, das ist zum Kotzen. Das müssen wir unbedingt reinpacken. Pass auf. Wasser. Wasser. vas-er. So knallrot. Oh, ja. Siehste. Hast du noch Sticks dabei? Dann können wir hier Lagerfeuerchen sie bauen. Ja. knapp am wasser ist egal vielleicht hätte es dann endlich mal länger wenn ich zwei fresse aber glaube ich ja nicht ich habe das vogel verdammt ich habe schon mal mit absicht richtig richtig viel gegessen der vogel ist verschwunden ja jetzt hast du die auszeichnung bekommen ja habe ich ja alles fertig aber wie ich den vogel in der luft erwischt habe ich habe die ausreichend auch schon schlagt doch ja die sind jetzt die vogelkitter denkt jetzt auch hexerei alter widerstand abgeprallt ist hast du das gesehen also ähnlich die häuser von dem weg geht man nicht da direkt vor gott sei es war gesprungen wie genau da deine füße durch halt anhalt anhalt an headshot was was das hat erzählt ja klar kopf und so die werden jetzt auch markiert so sag ich mal so dann müssen wir jetzt zum roten ja glaubt schon ach so ja gut dann wieder noch mal vielen dank fürs zuschauen abonniere mich gebt auch nach oben und schreibt den kommentar wie euch das video gefallen hat tschüss